...Mosch wegen gehabt, aber ich glaube, das ist noch an mir vorbeigegangen. Na gut, weil ich jetzt da sitze, kann ich gerne das zeigen. Hier benutze ich Mosch. Ich muss mal nur das Terminal irgendwie resizen wieder. Ding, 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 ding. Nee, hat nicht geklappt. Ja, das ist alles ein bisschen nicht so ganz der Hit mit dem Resizen. Ach ja, eine Anfrage ans MetaLab. Es wäre schön, wenn das irgendwie soweit gefixt wird, dass das Bild des Projektors auf diese Leinwand passt. Und dann zählen wir da. Ja, Bugtracker, Hooray. Warum kann ich das nicht nach oben ziehen? Weil ich es nicht sehe. Ich muss also nochmal disconnecten, tut mir leid. Ja, auch wer weiß, warum ich lokal auf meinem Ubuntu das Bild nicht sehen kann, wenn der Projektor das irgendwie zu fressen bekommt. Das wäre auch mal lustig. Ah, ich war ja immer noch auf... Moment, das hätte es ja schon sein können. Ich habe einfach nur auf F11 drücken müssen, um das wieder dorthin zu bekommen, wie es vorher mal war. Anscheinend hat sie sich das gemerkt. Jetzt schauen wir mal wieder auf, dass wir connecten. Das schöne Grün verschwindet. Lindgrün. Das ist schon fast ein Blindengrün. Ja, vielleicht passiert da gleich was. Oh, ja, keine Ahnung. Und, und? Und, blau, fühen. Ja, irgendwas... Hallo, wo sind wir da? Wo sind wir da? Da haben wir uns? Ja, da ist es. Ah ja. Jetzt ziehen wir mal da rüber. Genau. Ja, da haben wir ja... Da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es noch oben gewesen. So, das sieht schon besser aus. Hier in der Küse nichts. Ja, ich verwende hier gerade Mosh. Und ich mache mal Folgendes. Ich gehe zu meinem Phone und tue das Tethering mal kurz abschalten. Und dann sieht man auch, was hier oben passieren wird gleich. Welchen Prediction Mode ist es da? Hier oben. Welchen Prediction Mode? Den ganzen Faden? Den ganzen... Ja, bevor wir genau die Bits des Softcodes besprechen, einfach nur mal zeigen, was es überhaupt ist. Ja, also wenn du es eh schon kennst und du weißt, welchen Algorithmen du ansprechen möchtest, würde ich mal zurückstellen auf die Monster Session um 3 Uhr morgens, wo das dann interessant wird. Network is unreachable. Das ist also der Effekt. Das Ding zeigt einem auch an, wie lange das schon ohne Contact ist. Und ja, auch hier gilt, das ist ja ein Verbindungstool. Auch das muss Kommandos entgegennehmen können. Und wie beim SSH kennt es da auch ein Meta-Zeichen. Oh, das zeigt das jetzt gar nicht so schön an. Jetzt bin ich ja durch das Tethering beschränkt worden, weil es nicht mehr updated to quit. Also es hört auf Control-Karré. Normalerweise sozusagen jetzt so erreichbar mit Control-6. Na, das Schiffskanzel weglassen. Und dann kann man sagen Punkt. Und dann ist diese Dingens vorbei. Marshall Session-Thing. Und die Zeit, die da hinkommt, die habe ich mir selber gebaut, weil ich einmal vorm Verbindnis aufrufe, das Date und danach auch. Einfach nur, um genau diesen Effekt zu zeigen. Da habe ich mich mal verbunden. Da ging es los und da hörte es auf. Und das ist so sehr billig einfach gebaut. Bauen wir das Ganze noch einmal auf. Achso, warum eigentlich? Man sieht das gar nicht. Ein Alias macht also eine Mosh-Verbindung auf K. K wiederum ist ein Alias für das SSH. Ist also definiert in SSH-Config. Da steht das drin. Ja. Müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht unbedingt zeigen. Wer hat den Printer angestellt? Der ist so ein bisschen nervig irgendwie. Ich glaube, das ist ein Drucker oder was ist das? Naja. Aber was? Na gut. Gehen wir wieder zurück zu dem Verbindungsaufbau. Achso. Braucht natürlich wieder Tethering. USB-Tethering. Einsteigen. Zweite Moment warten. Das Schöne ist eigentlich auch, wenn da unten das Dings mitläuft. Ja, jetzt haben wir das wieder nicht direkt drin. Aber hier sehen wir, dass auf dem ersten Hop schon, es gab nur Fragezeichen. Ja, da kam nichts an und nichts zurück. Hier kommen jetzt auf einmal die Punkte. Und hier unten sehen wir, naja. Wir sehen, dass es da jetzt wieder weitergeht. Das ist schön, dass man das visuell hat, dass es wieder weiterläuft. Also auch wenn die Programme noch nicht ihren Reconnect geschafft haben oder noch auf Timeouts warten oder was oder wie immer, man sieht, dass das Ping schon mal durchgeht und dass theoretisch das da wäre. Schalten wir wieder zurück. Und rufen die Verbindung auf. Und das Schöne. Ah, ich habe zu viele Dinge am Laufen. Ich glaube, ein paar Mosh-Server bleiben immer noch mal ein bisschen drüber. Und da habe ich mir mal so ein Kill-All-Mosh-Server reingegeben. Natürlich kriegt das auch wieder mal eine Verbindung. Aber die ist ja eh gleich wieder da. So, und an dieser Stelle, ach so, normalerweise frage ich, gibt es da was? Ja, da gibt es verschiedene Screen-Sessions. Und ich hätte gerne mal eine Work-Session wieder. Natürlich ist das Ausrufezeichen einfach nur ein Alias. Und da geht es dann weiter. Und an dieser Stelle, genau. Das sind, you are here. If you are watching, das sind die URLs. Für den heutigen Event. So, jetzt aber genug von mir. Ihr seid dran. Wer war der Nächste? Ich habe noch eine Frage zu Mosh. Eine Frage zu Mosh, ja. Was mache ich, wenn da zu viele Server laufen? Was machst du, wenn da zu viele Server laufen? Also zum Beispiel, ich mache eine Verbindung mit dem Mosh-Server auf. Ich disconnecte mich und ich starte meine Laptop. Connecte ich mich dann zu Session, Mosh-Session wie vorher? Nein. Also bei Mosh wird folgendes gemacht. Die initiale Kontaktaufnahme geht über den SSH, die man da auf der anderen Seite. Es braucht also immer noch ein SSH für die Kontaktaufnahme. Dann wird übergeben an den Mosh-Server und das läuft dann über UDP. Und kriegst du denselben Mosh-Server? Nein. Der liegt dann irgendwie noch herum. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Deswegen hätte ich eben mal noch zeigen sollen, bevor ich alle gekillt habe. Aber die sammeln sich dann an und da ich ein Maximum an Prozessendienst da gesetzt habe und dann noch einiges läuft, ist da gerade an die Grenzen gestoßen. Deswegen ist das Kling-Mosh-Server. Und den Screen-Counten direkt, ne? Das ist die Session erhalten. Ja. Ja, ja, ja. Das ist... Ja, ja. Du hast eine neue Mosh-Session auf, das tut eine eigene Screen-Session. Ja, ja. Das heißt, wenn deine Laptop abstürzt, so ein Neustart ist und was immer passiert, wenn du nicht im Server-Connected bist... Kannst du das mal in den Sektor schreiben? Ja. Ja. Ja, absolut. Dann passiert das, dass der Server irgendwie diesen alten Client, der ganz mehr existiert, noch immer drinnen hat. Und ich hatte eben das Problem, dass er immer mehr alte Clients ansammelt, die sicher nie wieder zurückkommen werden und einfach wartet. Ja. Weil er nicht weiß, dass der Client jemals wieder zurückkommen wird, was ja passieren kann. Ja. Das stimmt. Gut, was ist nächst? Hm. Vereinsiktul? Hm? Vereinsiktul? Vereinsiktul? Vereinsiktul, was?